moin zusammen alle guten dinge sind zwei ich glaube das hier war am anfang ganz cool hier eine fackel reinschmeißen und manchen können erstmal ein bisschen braten die nach vorne und was mache ich hier ist dahin du gehst dahin so noch mal von vorn das ganze auf geht's hoch hier 11 schaden blutung schade eben hatten wir ja glücklichen pfeffer die nicht sehen die nicht sehen endlich wert anstorben von randa wie noch was dahinter mehr kommen der sack hier oben schmeißt nämlich gleich wieder so eine blöde giftbombe oder scheiße ich jetzt mal drauf immer noch auf den beinen beeindruckend bestia hinten rum oder ich gehe es vorne rum und auf ausweichen sieh noch was von hinten ran reichweite drei ja guck mal hier wirbelangriff ne quatsch doch der hier war das der schaden mach ihn weg da ja komm okay cool kannst du noch mal ich will mich erreichen ach Mist dann halt auf die hier drei hexfelder dann brauchst du aber einen schritt wieder ne rüstung zerfetzen reichweite 2 ja cool guck mal so geht's auch gut magi rennt hinten rum ich hab da kurz die feuerball einen hier oben hin zweiten hier hinter wenn ihr lauft bestimmt hinten rum ne leute nein auf dorthin dorthin feuerbombe auch dorthin abgewehrt ihr habt mir keine wahl gelassen sieh noch was cool auch abgewehrt geht es euch gut okay solange er keine kiffbombe schmeißt ist schon mal alles cool römische handwerkskunst ja lauf nach oben lauf nach oben lauf noch genau dahin werfen wir sie raus gemeinsam werfen oder nerven lasst uns den langen weg versuchen um hinter die feindlichen linien zu kommen nein bleibt da stehen und warte auf die einschläge meiner katapulte was tun sie kann jemand sehen ob sie kommen ja ok da kann ich mit dem noch Glück haben gerade ja ist so klar er rentt hinten rum ok der rennt nur irgendwo mal hin oh sehr gut information roma invicta da kommt die versteckung ach man was machst du da Junge in Deckung gut wir sind unbemerkt geblieben zumindest bis ihre Verstärkung eintrifft das große Leuchtfeuer wird uns alles nötige Feuer liefern sollte es uns aufnehmen 6 Runden verbleiben Lagerfeuer aufnehmen ja das Problem ist wenn ich jetzt meine ich lauf hier rein wird doch nix ey warte mal ich speicher hier mal kurz zwischen so so ran Marathon rein und alle anderen nach links weg aber dann bin ich komplett voll wenn ich links rum lauf haben sie mich auch gleich am Arsch aufnehmen aufnehmen ja außenrum schleichen ist mit dem auch ziemlich blöd da sehen sie mich da sehen sie mich lauf da hin er muss gleich rein Fackel nehmen Marathon und hier so weit hinlaufen wie er kann und dann Fackel schmeißen die anderen laufen rein Fackel holen und raus da müssen wir uns direkt nach links durchkämpfen da müssen wir uns direkt nach links durchkämpfen ja da sehen sie mich lauf da hin gut ich mache mir langsam Sorgen um den Brückentrupp was wenn sie es nicht schaffen brauchst du nicht alles cool hoffen aus 4-7 Wucht leidender Heap ach das Ziel nicht von vorne stoßen hopp los 4-7 4-12 ach ich weiß es nicht Schwert anstürmen ist auch doof abgewährt auch noch ey Mann Mädchen so weißt du was muss gut sein ich muss einen kleinen Treffer mit ins Schild den Rest machen die anderen 13 von 20 bis 16 und da ist noch einer 3 3 2 2 2 1 2 3 3 4 5 4 5 9 2 1 2 zu dem feuer ja warum nicht dafür ist es da ne aber ich hiebe es mir lieber auf der hält dich bringt nichts ich kann jetzt zweimal ne einmal nur aber nicht nach hinten durch ok machen wir hier erstmal weiter halt wie der hund der ihr seid provoziert einen bestimmten gegner was euch nicht eigentlich auf ihn effektiver macht herausgefordert ja komm ab nach vorne da wird euch schon nicht getroffen oder kommen wir mal mal hier mal von drei hexfeldern zack bist du uns frei klappt es auch mit dem nachbarn vertifektor hier oben hoch Bogenschütze Ebenfüße könnte ich da nicht hinschmeißen ne ja da sieht das gut aus denke ich Bila könnte ich da noch hochschmeißen oh why not ha 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 turn me to bomb kreffer wow stop ok 1 2 3 3 ja 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 abgewärts wir müssen dieses gebiet schützen schade den hätte ich gerne mit erwischt nicht nicht lass ihn doch da drin verbrennen man sehr gut ach die rennt ans feuer ey ich weiß nicht habe ich den noch gerettet bekommen mit syna ross ok jetzt muss ich aber fuck logistik yes zwei treffer zwei treffer der feind ist hier halt euch bereit die manchen in der mitte fucker genommen bestätigung klicken das mache ich gleich er hat sechs bewegungspunkte nach ran kacke holen und zurück dann laufen wir ruhig nach vorne wieder medike überwindet den schmerz für rom standhafte blockade markenlose abwehr mit römischen stahl das war doch eigentlich ganz cool erste blöcke brennt und ich bin mit der fackel auf dem Weg zu zweit ein ehrenvoller versuch aber nicht genug die schlacht diese brücke sollte schon lange ein freudenfeuer sein kann er tatsächlich kann mir jemand helfen es ist schon in ordnung ihr werdet es überleben ok ok kukos dieser treffer praktisches vorbegegangen und ach mis Ah, herausgefordert. Okay, er ist es. Also ein Schild runter. Und hol ihn dir. Ausweisung. Das ist nicht gut. Wenn ich da hinlaube, dann kriege ich die Tüße in den Rücken. Da könnte ich hin und laufe ich aber in die Stacheln, ne? Aber es kann ab. Alle ausgelöst. Blutung, ja. Der ist down. Wir werden bezahlt um zu kämpfen. Er ist zack's. Okay Ja, ein bisschen Da ist nur einer, ne? Drei sogar Eins Drei Drei Versuchen wir es einfach Der nicht Haltet die Stellung Wir sind hier im Vorteil Mh Pass zum Feld gleich runter Dein Mars, helft mir! Ja, lasst mich das mal ansehen Formiert euch! Folgt mir im Namen Roms! Auf in den Kampf, Brüder! Oh, Verstärkung! Oh, ne, ne? Habe ich die Fackel nicht draufgeschmissen Okay, warte mal, direkt neu laden Eine Runde vorher Hat die Fackel nicht da getroffen, wo sie sollte Ansonsten war das eigentlich ganz cool hier grad, was ich gemacht habe Mit dem einmal rumlaufen So So Du machst wieder Mobilisieren Und du rennst mal durch Der Feind ist hier Macht euch bereit Fackel nehmen Und weg Gehen aufnehmen Und hoch da Keinen Triff habe ich bekommen Kann ja nicht rammen Aber ehrlich Ich blöd jetzt, ne? Dem Schaden ist egal Wer seid ihr? Feinde! Schlagt Alarm! Wer seid ihr? Ich habe doch schon mitbekommen, dass da Gegner sind Äh Ich bin bereit für sie Erst da komme ich aber gar nicht lang Bewegt euch als Einheit Lasst uns gemeinsam gegen sie vorgehen Boah Was? Wenn ihr den Feind seht, duckt euch und ich schieße es Ja Ja Genau, das ist auch noch Können wir die Schlacht Ich hoffe, dass der andere Trupp den entspannten Spaziergang genießt Gut, dass wir nicht in Eile sind, diese Brücken abzubrennen Äh Kriegst du noch was? Kann mir jemand helfen? Es ist schon in Ordnung Ihr werdet es überleben Geil Ach Guck mal, ich guck's nach hinten in die Katapultbahn, genau. Oh Gott. Vorall, runter. Hier kann sie laufen, ne? Ich will ihn nicht sehen. Auch mal so, wenn es dann nach vorne läuft. So, einmal noch hier oben mit rein. So, einmal noch hier oben. So, einmal noch hier oben. Precious. hatte gehofft nach vorne ja gerade euch als einheit haltet die stellung wir sind hier im vorteil kann nicht da einlaufen und rein ins feuer ist egal formiert euch folgt mir im namen roms auf in den kampf brüder soll ich da denn hochkommen ich passiere hier drei treffer und bin noch nicht mein wurfreich weiter er ist auch gleich down hier unten so rein da rundumschlag alle vier so rein da rundumschlag alle vier wenn ich schon das was wirst 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 du wirst 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 du wirst wirst wir sind mit dir heute los medike überwindet den schmerz führung wer hat die fackel er hier nah wieder schlagen nicht erreichen nicht erreichen nicht Ich habe keine Ahnung ob das klappt. Treffe Treffer. Elf. Erfiege Kram ja. Kann nicht auf sich selbst anwenden. Ich würde etwas Hilfe zu schätzen wissen. Ich kann auch da lang laufen. Der Junge ist gleich kaputt. Gegner? Erwisch ich nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Den kannst du hier nicht sehen. Okay. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. was soll ich? da ist wahrscheinlich so gut 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 auch kaputt ein stopp also gut leute rein mit uns ok gift er muss hier durch ihm müssen wir uns kümmern 22 8 von 24 ah visiert jetzt zuhau komme ich nur bis da ne die kommen ist egal lauf einfach durch vagolas bring ihn zu Fall so und rein dann ja endlich ist die stadt kriegt keine verstärkung mehr gehen wir bevor wir überrannt werden der hauptdruck wird von hier an übernehmen müssen rauch die brücken brennen und die verstärkung ist abgeschnitten soweit so gut sehr schön sehr schön ok da kommen aber gleich die katapulte runter nicht zu weit nach vorne Leute bis da nicht weiter so 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 drei felder reichweite aber schafft er ja nicht so so ganz vergiftet und heilt ein bisschen euch geht des größten teils gut zurück in den kampf mit euch ok sehr cool so so pfeffer 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 kapulte sollte ich eher hier hinten lassen als sie sich zurückziehen so hat auch sein können dass sie nach hinten gehen so 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 das da drauf. Okay. Oh, Mensch, da. Der Feind ist hier. Verlasst eure Posten und beschützt die Katapulte. Beschützt so viele eure Katapulte wie möglich. 5 mal 5 sind intakt. Bietet 13 weitere, damit der Rest sich erzieht. Okay, ich würde sagen, hier speichere ich nochmal zwischen. Das scheint sich hier erledigt zu haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der, ja, wahrscheinlich letzten Folge zur Belagerung. Viel Spaß, oder? Bis gleich. Und ciao.